26. Kapitel Zwei Begräbnisse Um neun Uhr früh hatte Ladalinski seine Reise nach Blyalanovo hin fortsetzen wollen, und nachdem er sich, als diese Stunde da war, im Hause verabschiedet hatte, stieg er jetzt die winterlich kahle Nussbaumallee hinauf, um den vor dem Altar stehenden Sarg abzuholen. Mit ihm war nur Bernd und Lewin. Neben ihnen her schwankte ein in Federn hängender Schesewagen, während ein nur mit einem einzigen Pferde bespannter Planschlitten um zehn oder zwanzig Schritt vorauf fuhr. Es war derselbe, der schon die Fahrt nach Bastion Brandenburg mitgemacht und von Bamme vorahnend den Namen Sargschlitten empfangen hatte. Pachali saß wieder auf dem Deichselbrett, alles wie drei Tage vorher, nur daß sich auf dem hohen Kumme des Pferdes in einem alten Stahlbügel aufgehängt, ein einziges Schrittenglöckchen hin und her bewegte. Nun war man oben, die Planschleife fuhr unmittelbar bis an die Stufen des Portals, während der Schesewagen in einiger Entfernung halten blieb. Die Kirche stand auf, Pachali trat mit ein und einen Augenblick später erschien auch der Latterlinskische Diener. So schritten sie den Mittelgang hinauf bis an den Altar. Bernd erkannte das Kuzifix und wusste wohl, wer es da hingelegt hatte. Sie stellten sich nun zu beiden Seiten des Sarges, ohne daß ein Wort gesprochen worden wäre. Ja, endlich sagte der Geheimrat, nun tragt ihn hinaus. Und dabei nahm er das Kuzifix, um es wieder auf den Altar zu stellen, von dem er es genommen hatte. Aber der alte Fitzewitz kam ihm zuvor und sagte, Nein, Latterlinski, nicht so, das ist nun ihr. Mein Großvater hat es dieser Kirche gestiftet, und ich werde ein neues stiften. Nehmen Sie es, ich bitte Sie darum. Sie haben mir, wollentlich oder nicht, Ihren Sohn gegeben. Und alles, was ich Ihnen wiedergeben kann, ist dieses Kreuz. Ach, ich habe es auch getragen. Latterlinskis Lippen zitterten, er konnte nicht sprechen oder wollte nicht. Dann aber riß er in freudiger Erregung einen Streifen von der Bartdecke, legte den Streifen, als ob es eine Scherpe wäre, um die Mitte des Sarges und schob das Kuzifix, das sonst keinen Halt gehabt hätte, in den schwarzen Scherpenknoten hinein. Danach trat er beiseite, und Pachali und der Diener faßten nun die Bügel und trugen den Toten hinaus. Eine Viertelstunde später bug der Schlitten, der sich bis dahin auf der Höhe langsam fortbewegt hatte, nach links hin aus und fuhr, als er den Abhang glücklich hinunter war, zwischen den Uferweiden auf Frankfurt zu. Die Schäse folgte, und während ihr überdeckter Polstersitz auf dem holprigen Wege hin und her schwankte, wurden Erinnerungen in dem Herzen des alten Latterlinski wach, und er mußte jener Reise gedenken, die ihn vor langer, langer Zeit auf ebenso verschneiten Wegen nach Bialanovo hingeführt hatte. Und doch wie anders damals eine Hochzeitsreise war es, und die reizendste der Frauen, eben erst die Seine, schmiegte sich unter übermütigem Lachen an seine Seite, der Schnee stäubte, die Pferde flogen, und jeder neue Rasteplatz brachte neue Blumen und neue Huldigungen. Erfinderisch war er gewesen, wie die Liebe selbst. Und jetzt sah er nichts vor sich, als den Schlitten, den die Uferweiden streiften, und er langsam auf eine Gruff zufuhr, die nicht mehr die Seine war und an deren Tür er um Gastlichkeit bitten mußte für seinen Toten. Das war mehr, als er tragen konnte. Scharf und leise klang das Glöckchen, und scharf und leise fielen seine Tränen. Um dieselbe Stunde, wo der alte Geheimrat, begleitet von Bernd und Lewin, zu der Kirche hinaufgestiegen war, war auch Bamme nach Anlegung seines Husarenrocks aus dem Herrenhause getreten, hatte sich aber nach fast entgegengesetzter Seite hinbegeben. Es lag ihm daran, dem Begräbnis Hoppenmariekens, das im Laufe des Vormittags stattfinden sollte, beizuwohnen, bei welcher Gelegenheit er noch einen Blick auf diesen Gegenstand seines besonderen Interesses zu tun hoffte. Als er in die Nähe des Heckenzaunes kam, der das Häuschen einfaßte, sah er, das allerhand Gesindel zu beiden Seiten des Weges Spalier gebildet hatte, zum Teil dieselben alten Weiber, die gestern dem kniehasischen Knecht beim Abladen des Sarges behilflich gewesen waren. Bamme grüßte und hörte nicht ohne Befriedigung, dass hinter ihm hergezischelt wurde, »Dat ist sie, wie schnarkschi und sieht!« Danach trat er in das offenstehende Haus. Ein starker Zug wehte, trotz dieses Zuges aber war's warm, denn der Ofen pustete, und auf dem Flurherd brannten große Scheite, um die seltsamerweise mehrere Kochtöpfe gestellt waren. Das hatten die Forstackers Leute getan, die sich auf Hoppenmariekens Kosten einen guten Tag machen wollten. Erben waren nicht da, und Kniehase sah ihnen durch die Finger. Bamme hatte sich was versprochen, aber er fand doch mehr noch, als er erwartet hatte. Auf zwei Stühle, nach Art eines Reisekoffers, war der offene Sarg gestellt, und auf dem Rande des Sarges saß ein schwarzer Vogel, einem Raben ähnlich, nur viel kleiner. Als der Vogel den Eintretenden gewahr wurde, hüpfte er von dem einen Rande auf den anderen hinüber und von diesem auf den Sargdeckel, der mit seinen blitzblauen Beschlägen auf zwei anderen Stühlen lag. Es machte dies Platzwechseln durchaus den Eindruck, als ob es aus Respekt gegen Bamme geschähe. Der es denn auch so nahm, und an den Vogel herantretend ihn belobigte, »Bist ein braver Kerl, hast Lebensart!«, Gleich darauf indessen entsann er sich seines eigentlichen Zwecks, schob den am Wandpfeiler stehenden Tisch, darin das Gesangbuch und die Karten lagen, beiseite, und probte sich einen Platz aus, um die Tote bequem und in guter Beleuchtung betrachten zu können. Diese lag in Start, und nichts war vergessen, was zu Hoppenmarigen gehörte. Das weiße Haar war unter das schwarze Kopftuch gebunden, die Zipfel standen hoch nach oben, und ihre zwei dicken Wasserstiefel sahen mit halber Sohle aus dem Sarge heraus. In ihrer rechten hielt sie den Hakenstock, weil er aber zu lang gewesen war, war er in zwei Hälften zerbrochen worden, und das untere Stück lag nun daneben. Ihr Gesichtsausdruck hatte sich wenig verändert. Das Listige hatte der Tod fortgenommen, aber das Trotzige war geblieben. Bamme war entzückt. Er drehte den Hakenstock ein wenig zur Seite und sagte dann vor sich hin, »Zwergenbischof!« Eine Bemerkung, zu der er sich in Ermangelung eines guten Publikums vorläufig selber gratulierte. Dann sah er in den Alkoven hinein, in dem sich die großen Gundermannsbüschel im Zugwinde hin und her bewegten, und fand auch hier alles superbe. Als er wieder in die Vorderstube trat, war der schwarze Vogel auf den Rand des Sarges zurückgeflogen und Bamme neugierig und verwundert, was das Tier da wolle, trat jetzt heran und sah, dass es von der Toten in aller Wirklichkeit gefüttert wurde. Die Nachbarweiber hatten ihr nämlich Ebereschenbeeren und Weizenkörner in die geöffnete linke Handfläche gelegt. Das war so Forstacker-Poesie. Bamme nickte und wollte wieder auf seine Beobachtungsposten zurückkehren, mußte sich aber bald überzeugen, dass es mit dem Zauber dieser Stunde zu Ende gehe. Die Neugierde der hoppenmarikischen Vögel, die zwischen ihren Gitterstäben hindurch auf ihn und seinen roten Husarenrock niederblickten, hätte sich vielleicht ertragen lassen. Aber das Gaffen der draußen stehenden alten Weiber und Kinder fing doch an, unbequem und lästig zu werden. So lästig, dass er schließlich froh war, als ihm das Erscheinen der Träger gemeldet wurde. Diese traten denn auch bald darauf ein, schlossen den Sarg und setzten sich auf den Kirchhof zu in Bewegung. Einer der Träger war Hannebogun, der den linken Vorderbügel gefasst hatte, während rechts neben ihm ein lahmer Scherenschleifer ging, dessen untere Beinstellung ein gleichschenkliges Dreieck bildete. »Das lasse ich mir gefallen«, sagte Bamme froh, seinen Meister gefunden zu haben, und schloss sich als erster Leidtragender an, während der ganze Forstacker in Korpori folgte. Alles war heiter, die Kinder schneeballten sich, und kniehasses Tauben flogen über dem Zuge hin, als würde Schneewitzen oder irgendeine Märchenprinzess begraben. So kamen sie bis an das Kirchhofsportal. Die Träger, müde geworden, wechselten hier ihre Plätze, und nur Hannebogun, weil er bloß den rechten Arm hatte, blieb an der linken Seite des Sarges. Und nun, zwischen den Gräbern hin, setzte sich der Zug wieder in Bewegung, bis er am anderen Ende des Kirchhofs hielt. Hier, dicht an der Feldsteinmauer, war ein Grab gegraben, an einer Stelle, wo zur Sommerzeit Disteln und Schafgarbe wucherten und die Ziegen zu Grasen pflegten. Neben dem Grabe standen Seitentopf und Kniehase und beiden gegenüber Bernd und Lewin, die nach dem Abschiede von Ladalinski gleich auf dem Kirchhügel geblieben waren, weil sie das Herankommen des Zuges bemerkt hatten. Von den Dörflern, ein paar Kossäten und Büdner ausgenommen, war nur Miklai da, der das ehrliche Begräbnis zwar ebenso missbilligte wie alle anderen, aber doch durch zwei Dinge bestimmt worden war, diese seine Missbilligung nicht zu zeigen. Und zwar erstens, um, wenn etwas geschehe, woran er nicht zweifelte, seinerseits nichts versäumt zu haben, und zweitens, und hauptsächlichst, um Uhlenhorsten, der sich auf dem Mühlenhofe zu Mittag und Abend hatte ansagen lassen, mit einer neuen Seitentopferei unterhalten zu können. Die Träger hatten ihre Last niedergestellt, nun ließen sie den Sarg hinab, und Seitentopf, während alle Forstacker-Kinder neugierig das Grab umdrängten, sagte mit seiner klaren Stimme, »Empfehlen wir Ihre Seele Gott!« Es war kein christliches Leben, das Sie geführt, aber ihr letzter Tag, so hoffe ich, hat vieles ausgeglichen. Sie hatte keinen Menschen lieb einen ausgenommen, und diesen einen, der jetzt mit an ihrem Grabe steht, hat sie gerettet, oder doch mit zu seiner Rettung geholfen. Ihre List, die sonst ihr Böses war, war hier ihr Gutes, und wenn dieses Gute nicht schwer genug wiegen sollte, so wird die Barmherzigkeit Gottes hinzutreten und dem Gnaden geben, was noch fehlt, beten wir für sie.« Und dabei nahm er sein Barrett ab und sprach das Vaterunser, während zwei seitabstehende Forstackerweiber kicherten, »Ja, und solle Seidentop, ich krieg nicht, ich bete auch für allens, allens soll in!« »Ja, aber so haben wir in den Beten nicht drin!« Zwei Stunden später saßen Uhlenhorst und Miklai zu Tisch, auch Kaljes Sahne-Pott war geladen worden, es wurde schon die dritte Flasche Graves aus dem Keller geholt, denn alle hielten auf ein gutes Glas, und Uhlenhorst zeigte sich von Minute zu Minute besserer Laune, begreiflich, denn der reiche Sägemüller sägte heute nicht bloß Stämme, sondern auch Seitentopfen mittendurch, als er zuletzt auch von Bammes Besuch in Hoppenmarikens Wohnung berichtet hatte, sagte Uhlenhorst wichtig, und indem er sich etwas vorbeugte, »Nichts natürlicher als das! Es sind Geschwister!« Miklai, so sehr er aus dem Munde des Kandidaten an Orakelsprüche gewöhnt war, erschrak doch einigermaßen. Uhlenhorst selbst indessen fuhr in demselben Tone fort, »Ich meine nicht von dieser Welt, aber Sie haben beide denselben Vater und wurden beide an derselben Stelle geboren.« »Oh, das brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen!« Sanepott hatte die Uhren gespitzt, das war etwas für den Krug, und ehe fünf Minuten um waren, waren beide Bauern der Überzeugung, dass ihr Kandidat mal wieder den Seherblick gehabt und den Nagel auf den Kopf getroffen habe. »Ich kann mich irren«, sagte Uhlenhorst in einem Demutston übergehend, »Aber ich zweifle!« Und damit schloss das Gespräch. Zu Beginn des Nachmittags fuhr der Kaläschewagen vor dem Herrenhause vor, die Ponys waren eingespannt, Bamme wollte mal wieder nach seinem Gut hinüber und nach dem Rechten sehen. »Es ist mehr von wegen des Pastors, Fetzewitz«, waren seine letzten Worte gewesen, als Bernd ihn aufgefordert hatte, noch ein paar Tage zu bleiben. »Ich muss ihn in der Furcht des Herrn halten, sonst wird er mir übermütig und erzählt meinen Großquirlsdorfern von der Kanzel her, dass ich Hoppenmariken aus Liebe zu mir umgebracht habe. Natürlich alles zu Prusa, immer mit Bibelstellen. Im Alten Testament, so nur der gute Wille da ist, findet sich schließlich alles, was einer braucht.« Und danach hatte der Alte die Zügel genommen und war wie die wilde Jagd vom Hofe hinuntergefahren, erst an dem Blachfeld und dann an dem Fichtenwäldchen vorbei, immer in der Richtung auf Küstrin zu. Das war um drei Uhr gewesen. Schon vor Dunkelwerden erschien Kaljes Sahnepott im Krug, wo er sich vorläufig mit Krüger Schavenka behelfen musste, denn von den anderen Bauern war noch keiner da. »Nu ist er der General auch fort«, sagte Sahnepott und sah so wichtig aus, als ob er wieder von Tigelschulzen oder dem Schwedermarkgrafen erzählen wollte. »Ich habe ihn heute Nachmittag auf der brandroten Fuchsstute nach Frankfurt reiten sehen. Er ritt über den Forstacker. Es war so Glocker vier.« »Das kann nicht sein, Sahnepott«, erwiderte Schavenka. »Und warum nicht?« »Erstens, weil die Fuchsstute tot ist.« »Ich habe sie selber fallen sehen.« »Keine Zehnschritt von der Pappel, wo sie nachher den Konrektor erschossen haben.« »Und dann zweitens, weil er heute Nachmittag, ich meine, den General, in unseres alten Kaläschwagen an mir vorbeigefahren ist, so Glocker drei. Die Ponys waren vorgespannt und der Shetlander ging als Handpferd.« Kaljes schüttelte den Kopf. »Du verstehst mich nicht, Schavenka, das ist es ja gerade, was ich meine. Nach Küstrin hin in der Kaläsche und nach Frankfurt hin auf der Fuchsstute. Du hast sie fallen sehen, gut. Aber tot oder nicht macht keinen Unterschied, so was kommt vor. Du musst doch wissen, was es mit ihm ist. Uhlenhorst!« Hier brach das Gespräch ab, weil andere Bauern eintraten, unter ihnen auch Kniehase, vor dem Kaljes eine Scheu hatte, ganz besonders, wenn er sich mit uhlenhorstschen Federn schmücken und allerhand schabernacksche Konventiklervisionen in Kurs setzen wollte.« Achtung, wenn er ein kleines Kniehase Untertitelung des ZDF, 2020